Hey Kinder, guckt euch mal an, was wir hier für eine geile Größe haben. Ein cooler Cache-Behälter, wieder mit Erlaubnis aufgestellt. Hier wird dann unser Schatz sein. Hier oben, alles normal, unten drunter auch alles normal. Okay, also hier kommen wir dann irgendwie zum Cache, aber jetzt gehen wir erstmal hier vorne schauen. Hahaha, ist das geil. Kugel schnitten lassen, dann die Klippaufgange links und rechts, wenn wir schwinden, gegen das Rad schlagen. So, ich nehme hier die Kugel, Achtung, hier Kugel. Und, Action! So, dann probieren wir das mal hier. Ah, so, das ist das geil. Hahaha, dann gucken wir das mal weiter. No, verloren, verloren. Die Perspektive des Spielers. Ah, es tut ein bisschen weh, ja, nicht mehr zu drücken. Welches? Müsst ihr neben das rechte oder das linke? Oder ist das egal? Nein. Was? In ein ist der Tor, genau. Ja. Wenn ich filme, dann schaffe ich einfach nichts mehr. Ah, damn! So, wann kommt der Moment? Wann kommt der Moment? Wann kommt der Moment? Wann kommt ich? Ja. So, das haben wir jetzt geschafft und wir sind drinnen! Ja, er hat beide Kugeln versenkt. Ich konnte es leider nicht zeigen, weil es einfach zu lange gedauert hat. Nein, das war einfach zu krass. Und zu krass schnell und meine Aufnahmezeit der Kamera war nicht mehr genügend speichert. So, wieder ein cooles Teil hier in Zwickau. Hier locken wir uns jetzt ein. Einfach nur fett. Ich sag mal so. Jihaa! Das gibt natürlich einen Punkt und wir sehen uns wieder bei einem meiner nächsten Videos. Tschüss!